In diesem Video werden Sie ein MeinMap-Tool anhand eines Beispiels kennenlernen. Wir befinden uns auf der Seite Kompetent in Technik und Sprache, kurz KITZ vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung. Hier finden Sie kostenfreie und datenschutzkonforme Web-Tools für einen kollaborativen Unterricht. Unter anderem gibt es hier Teammapper, ein Tool zur Erstellung von digitalen MeinMaps. Das Tool ist auch unter dem Link map.kits.blog zu erreichen. Auf der Startseite von Teammapper haben Sie die Möglichkeit, eine neue MeinMap anzulegen. Um eine bereits existierende MeinMap zu öffnen, brauchen Sie einen entsprechenden Link. Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine Gruppenaufgabe von zwei oder mehreren Schülerinnen und Schülern. Ihre Aufgabe ist es, zudem in der MeinMap stehenden Thema weitere Unterpunkte zu erarbeiten. Die Lehrkraft hat das Thema und die drei Hauptpunkte bereits vorgegeben und visualisiert. Da es im Teammapper keine Chatfunktion gibt, müssen die Lernenden einen separaten Kommunikationskanal nutzen, um sich miteinander auszutauschen. Zum Beispiel können sie sich in einer Videokonferenz treffen. Nachdem die Lehrkraft die MeinMap vorbereitet hat, muss der Link mit den Lernenden geteilt werden. Die Anzahl der Personen, die gleichzeitig an der MeinMap arbeiten, werden unten links angezeigt. In der MeinMap sind die Autorinnen und Autoren anonym, aber jede Person bekommt eine Farbe. Wenn eine Person ein Element auswählt, wird es mit der entsprechenden Farbe eingerahmt. Dadurch können Konflikte vermieden und kollaborativ gearbeitet werden. Die Lernenden können die Vorgehensweise gemeinsam festlegen. Zum Beispiel können sie sich untereinander die Hauptpunkte aufteilen. In der ersten Phase erarbeitet dann jede Person selbstständig einen Hauptpunkt. Anschließend kommen sie zusammen und teilen auf, wer wozu Feedback geben soll. In der zweiten Phase schaut jede Person auf die Arbeitsergebnisse einer anderen Person und korrigiert, indem sie die Knoten hin und her verschiebt, löscht oder ergänzt. In der dritten Phase schauen alle gemeinsam auf die MeinMap und diskutieren das Ergebnis. Team Mapper bietet verschiedene Import- und Exportmöglichkeiten für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten an. Wenn die Lernenden zu einem späteren Zeitpunkt weiter an der Mindmap arbeiten wollen, können sie eine Datei exportieren und diese später importieren und weiter bearbeiten. Außerdem können sie die Mindmap als Bild oder PDF speichern. Sie haben nun das MeinMap-Tool Team Mapper anhand eines Beispiels kennengelernt. In der Praxis lässt sich Team Mapper noch vielfältiger einsetzen. Es ist ein hilfreiches Web-Tool für die Implementierung der 4K-Kompetenzen, kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration, nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrerinnen und Lehrer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017